willkommen bei unserem dritten event webinar zu faszination wissenschaft mind role models aus forschung und entwicklung und wir haben heute wieder drei vorträge die einen bunten reigen durch die mind fächer uns bieten moderiert wird dieses event von angelica sakarias rosin awanoglu und mir jürgen henk vom halleschen schülerlabor an der martin luther universität halle wittenberg die drei vorträge dauern circa 15 minuten mit einer fragerunde im anschluss die fragen können sie im chat stellen oder eben da wir auch in einem kleinen kreis heute sind also auch per audio mikrofon anfangen wird franziska hedder gott und vortrag gott und physik wer braucht sehen das lehramt studium an der mlu halle also ein eine kombination von mind fächern und geisteswissenschaften dann geht es weiter mit dem felix küster der sozusagen sich gefragt hat wie kann ich oder fragt weiß ich nicht wie kann die physik sozusagen die kraft geben atome einzeln zu bewegen und abschließend werden wir mit einem vortrag von viktoria rutskaya einsatz von licht im digitalen zeitalter danach werden wir müssen zusammenfassen und in ein ausblick auf das nächste wird geben ja 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 ja